Ich freue mich sehr, weil ich in einer großen Mannschaft spielen kann und alles insgesamt. Also erstmal klar, die Mannschaft kennenzulernen, dann auf die Trainingslage und klar auf die Bundesliga-Stadt, ja. Ja, mit Sicherheit. Lazio hat einen exzellenten Fuß, er hat ein sehr, sehr gutes Spielverständnis, er kann uns mit Sicherheit besser machen. Ja, aber auch er hat jetzt dann auch lange nicht gespielt, von daher muss man erstmal abwarten, wie er sich hier dann auch präsentiert. Aber die Freude ist schon da, dass er uns verbessern kann und dass er auch sowieso ein charakterlich super Junge ist und von daher perfekt in unser Gefilde passt. Also das ist schon schön, dass er da ist. Ja, richtig. Also wir haben eine schöne Zeit in Kiel gehabt. Ja, er hat eine eigene Idee, wie man Fussball spielen soll und das finde ich, das passt ganz gut zu mir. Ja, ich kann Möfo, genau. Wir haben ein halbes Jahr in Kiel zusammengespielt. Andere Spiele leider noch nicht, aber ich glaube, das wird kein Problem sein, weil im Fussball ist das so, dass man schnell integrieren kann. Und das hoffe ich und bin überzeugt, dass hier wird das auch so. Ich war einmal schon im Stadion beim letzten Relegationsspiel gegen Hertha und die Stimmung war wirklich überragend und deswegen freue ich mich sehr, dass ich nächste Saison hier spielen darf. Ja. Wunderbar, danke dir. So, danke dir. Alla, let's. Ja. 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 Ja.